Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ein Cast, sie zu knechten, ins Ohr zu treiben und ewig zu wünschen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen bei Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast hier bei Nerdizismus.de, in dem wir regelmäßig über Rings of Power und House of the Dragon sprechen, analysieren, Theorien spinnen und das Ganze mache ich nicht alleine. Mein Name ist Chris und mit mir dabei heute wieder als Silmarillion, das nie aufhört zu plappern, dass man im Radio richtig stoppen muss, damit es die Sendezeit vom WDR-Kosmo nicht sprengt. Der Michael, hallo. Dam, 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 dam. Ach nee, falsches, falscher Song. Hallihallo. Ich war wirklich, wer es gehört hat, Lotz und Gloria, unser kleiner Ausflug zum WDR. Könnt ihr noch nachhören, einfach Lotz und Gloria mal als Podcast suchen, Podcatcher und dann die Folge mit uns zum Thema Rings of Power und House of the Dragon zu hören. Die haben es wirklich geschafft, da in Redeschwall doch tatsächlich in Sende-fähige 55 Minuten zu packen. Ich war dann begeistert. Aber natürlich, also ich habe es mir noch nicht ganz durchgehört, aber ich bin mal gespannt, was die alles so durchgeschnitten haben. Die haben natürlich meine kontroversen Dinge rausgeschnitten. Haben sie? Haben sie? Nein, 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 ich glaube, ich glaube ein, ich glaube, als ich allzu sehr abgedriftet, als wir ein bisschen abgedriftet sind von der Diskussion her. Haben sie dann ganze Star Trek-Geplapper rausgeholt? Nee, nee, das ist drin, das ist drin, das ist noch drin, mein Michael Burdenbrand ist drin, aber als wir so ein bisschen abgedriftet sind, du hast das Stichwort freie Interpretation irgendwann mal in den Raum geworfen. Und dann sind wir so in der Diskussion ein bisschen abgedriftet Richtung, naja, im Theater, wenn du da halt dir Ring der Nibelungen anguckst oder Zauberflöte oder was auch immer, das wird ja fast jedes Mal anders aufgeführt. Dann sind die mal im Weltraum, dann sind es mal Nazis, immer ist ein Nackter dabei, der mit dem Kruzifix masturbiert und so weiter und so weiter. Und darüber haben wir ja ein bisschen philosophiert, wo dann der Jörn sagte, naja, ich kann mit der Fantasy nichts anfangen, aber die Herr der Ringe Story in Space, die würde er sich dann durchaus angucken. Und der Teil über diese Interpretation, der fehlt auf jeden Fall, ich glaube noch so zwei, drei andere Abschweifungen, aber sie haben da einen O-Ton-Nazi drin gelassen, da war ich ganz überrascht, ich dachte, der wird rausgenommen. Das ist so ein Ausspruch, den man, wenn man den gerade ausspricht, darüber nachdenkt, hm, kann ich das jetzt im Öffentlich-Rechtlichen so benutzen? Ja, also in meinem Wortschatz, wir nennen das auch Garten-Nazi, also ich habe ja jetzt keinen Garten mehr, ich habe jetzt eine große Terrasse, aber als ich noch einen Garten hatte, war ich auch so ein kleiner Garten-Nazi, definitiv. Wir müssen hier ja keinem Rechenschaft schuldig sein. So, für den Fall, dass neue Hörer noch dabei geblieben sind, Michael, was könnten Sie denn jetzt, wo Rings of Power vorbei ist, noch bei uns hören? Wir haben ja auch eine kleine Show wieder nächste Woche, nach langer, langer Zeit. Ja, meine Güte, da sind wir mal wieder live unterwegs, das könnt ihr alles auf YouTube verfolgen, verfolgen, wenn ihr dann nach Nerdizismus sucht, aber am besten seid ihr bedient, wenn ihr einfach nerdizismus.de eingibt, denn das ist unsere schöne kleine Webseite, wo ihr alle Sachen aus den letzten acht Jahren von uns mitbekommt, Artikel, Videos, Podcasts und, 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 ganz wichtig, die Feedback-Optionen. Denn schreibt uns gerne an die info-at-nerdizismus.de, damit wir alles, was ihr hier uns schreibt, wie auch schön, wieder von uns feedbacken können, oder per WhatsApp an die 015-25-964-7709, gerne auch mit einer Sprachnachricht, die sprechen wir, nein, die spielen wir ab und zu gerne mal vor, und ich bin ja ganz froh, dass wir mittlerweile Sprachnachrichten bekommen. Da habe ich ja lange rum gebettelt, und das haben wir selten bekommen, aber mittlerweile wird es eigentlich immer öfter, manchmal die üblichen Verdächtigen, aber ich schweife ab, ich schweife ab, ihr könnt abschweifen auf Discord, nerdizismus.de slash Discord, und könnt in aller Länge mit uns über viele, viele Sachen diskutieren. Und am 26.10. am Mittwochabend, da werden wir dann auch endlich mal wieder, du hast es gerade eben schon erwähnt, live gehen. Das könnt ihr euch anschauen auf YouTube, wenn ihr da noch Nerdizismus sucht, oder ihr guckt auf Twitch nach Nerdizismus. Auf diesen beiden Kanälen werden wir das live streamen. Da wird es dann eine, ja, ich sag mal, die große Abschluss-Battle geben. Rings of Power vs. House of the Dragon. Da sind ja auch dann die letzten zwei Folgen House of the Dragon gelaufen. Das heißt, dann könnt ihr da unser Fazit zum Finale hören und natürlich nochmal eine Gegenüberstellung von beiden Seiten. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, mit uns direkt zu sprechen. Denn, wenn ihr auf unseren Discord geht, wie der Michael gerade gesagt hat, nerdizismus.de slash Discord, da werden wir einen Kanal öffnen, sodass ihr live mit uns in der Sendung quatschen könnt. Also sozusagen wie Domian für Nerds, ja. Also macht schon mal eure Mikros sauber und meldet euch bei unserem Discord an. Ihr müsst nämlich ein paar Minuten auf diesem Server sein, damit ihr dann am Ende mit uns auch quatschen könnt. Aber das ist eigentlich kein Problem. Da gibt es auch eine kleine Anleitung auf unserem Discord-Server, wie das Ganze funktioniert. Und dann würden wir uns wirklich freuen, mit euch am 26.10. ab ungefähr 20.15 Uhr, so um den Dreh geht es los, mit euch natürlich in den Dialog zu treten. Und dann könnt ihr uns alle Fragen stellen. Ihr könnt mit uns diskutieren, wo wir richtig gelegen sind, wo wir falsch gelegen sind, was wir vergessen haben, was wir völlig missachtet haben und so weiter und so weiter. Ihr könnt uns kritisieren, ihr könnt uns loben. Also ihr könnt auf jeden Fall mit uns sprechen. Da haben wir richtig Bock drauf. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, haben wir für Star Trek öfter mal gemacht. Aber jetzt machen wir es eben auch hier im Game of Nerds Universum. Das muss auf jeden Fall sein. Ich freue mich drauf. Ich habe ja meinen Hintergrund hier in der neuen Wohnung noch gar nicht zeigen können im Livestream. Stimmt, genau. Jetzt hast du ja so einen schönen Streaming-Hintergrund, da sollten wir den auch, also von daher guckt auf jeden Fall vorbei. Ihr habt den Michael gehört, wenn es um Sprachnachrichten ging. Jetzt hört ihn doch mal, er möchte gerne seine Hintergrundwand zeigen. Feedback haben wir dann in der Tat auch gekriegt. Und Star Trek ist auch ein gutes Stichwort. Da können wir gleich mal anfangen mit der Mail vom Rico. Hallo Nerdizisten. Ich bin seit Star Trek PK ein treuer und begeisterter Hörer eures Podcasts. Insbesondere eure Meinung zum New Trek spiegelt meine persönliche Meinung sehr gut wider, was ihr sehr unterhaltsam aufbereitet. Vielen lieben Dank. Bei den letzten beiden Folgen zu Ringe der Macht bin ich allerdings das erste Mal komplett anderer Meinung. Okay. Ich bin ein großer Fan der Herr-der-Ringe-Filme, aber bisher nie in die Bücher und das Tolkien-Werk drumherum hereingekommen. Ich bin besonders froh über eure Hintergrundinfos in den Podcast-Folgen. Und daher bin ich natürlich gespannt auf die neue Serie. Anfangs war ich auch eher nur interessiert und man erkennt wirklich viele typische Klischee-Elemente aus Fantasy und Co., aber die sechste Folge hat mich komplett baff zurückgelassen. Die von euch angesprochenen Plot- und Logiklöcher kann ich nachvollziehen, aber die haben mir beim Schauen nichts ausgemacht. Da hat mich die Story jetzt doch gefangen genommen. Ich schaue jetzt gespannt auf das Finale und die weitere Entwicklung der Serie. Ich freue mich noch auf viele weitere Folgen von euch aus dem Nerdizismus-Universum. Viele Grüße, Rico. Ja, Rico, vielen lieben Dank. Und natürlich darfst du fasziniert von Plot in allem sein. Also nur weil wir manchmal den Finger in die Wunde legen, heißt es ja nicht, dass ihr die Show nicht genießen dürft. Ihr dürft uns auch völlig anderer Meinung sein und uns auch total kacke finden. Da spricht überhaupt nichts gegen. Finde ich auch gut. Ich meine, ich rede regelmäßig mit unseren Azubis oder mit unseren jüngeren Mitarbeitern bei mir in der Firma über das Thema Herr der Ringe und die Hobbit. Und die finden die Hobbit-Filme deutlich besser als die Herr-der-Ringe-Filme. Also das ist ja schon mal ein kompletter Gegensatz zu dem, was wir hier haben. Aber gut, wer sich reingezogen fühlt, deshalb gibt es ja auch Asylum und Co., weil manche Leute sich sowas dann gerne anschauen. Okay. Ui, 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 jetzt kriegst du bestimmt Asylum und Bösvergleichung. Nein, nein, nicht bös gemeint. Jeder soll, wenn es gefällt, dann, ich meine, hat Amazon ja, hat Jeff Bezos ja genau richtig gehandelt. Und ehrlich gesagt, ich habe es ja auch schon mal gesagt, es gab ein paar andere Pitches für Serien, für die Herr-der-Ringe-Serie. Ich glaube, Netflix und irgendwer anders hat mindestens da noch mitgemacht und haben ihre eigenen Pitches für Herr-der-Ringe-Serien vorgestellt. Da war unter anderem eine neue Interpretation der ursprünglichen Filme dabei. Da war eine Serie, glaube ich, für Aragorn, für Gandalf und für Gollum dabei. Und ehrlich gesagt, ich bin super froh, dass wir wenigstens hier gelandet sind und was für diesen Kontext Neues auf der Leinwand präsentiert bekommen. Und nicht das alte Zeug nochmal neu durchkauen, wie es gerade ähnlich im Star-Trek-Universum gemacht wird. Aber wird nicht, es werden doch neue Serien kommen. Ja, ja, es werden neue Serien kommen. Und so ein Film und die Roh-Hitrim, Ra-Ra-Ra-Ra-Rumitrim und um den Nikolaus. Ja, aber für diese Streaming-Rechte, soweit ich das verstanden habe, hat Amazon gewonnen, was das angeht. Also es gab mehrere Pitches und Amazon hat diesen Pitch gewonnen. Und darüber hinaus, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, die werde ich mir fürs Finale nochmal vielleicht aufheben, hat so eine Vereinigung und so ein riesen Konglomerat sich letztens die Rechte an dem ganzen Ding gesichert. Und heute noch einen Newsbericht gelesen, dass der Typ, der dahinter steckt, das Potenzial sieht, dass es genauso groß werden kann wie Star Wars und Marvel und das MCU. Also im Worst Case wird uns in den nächsten Jahren da noch einiges an Content-Overkill erwarten. Ich habe noch ein paar Sprachnachrichten bekommen, die will ich noch auf jeden Fall noch dir vorspielen. Dann können wir auch gleich noch ein bisschen drauf reagieren. Ich habe nochmal zwei rausgepickt und dabei ist mir aufgefallen, dass wir extrem viele weibliche Einsendungen haben. Dann habe ich mal in unsere Statistiken geguckt und hallo, liebe Frauen zwischen 28 und 34. Ja, ihr seid nämlich aktuell unsere Haupthörerschaft. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Nicht schlecht für zwei weiße alte Männer. Wie ist das? Ein Mann Mansplayen, zwei Männer, die sich Mansplayen, machen einen Podcast. Ja, wie immer. Nur wir haben den Vorteil, dass wir schon seit acht Jahren dabei sind und nicht erst dem Trend gefolgt sind. Ganz genau. So, da haben wir hier noch eine Nachricht von der Annika. Hallo, ihr lieben Diodizisten. Ja, ihr habt darum gebeten, dass die sich melden, die sowohl House of the Dragon gucken und Rings of Power, wo er mir zweites physische Schmerzen bereitet seit dem ersten Trailer. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier bin ich. Ich bin Annika und Tolkien, seit meine Mutter mir den Hobbit vorgelesen hat, als ich klein war. Und trotzdem dem Game of Thrones-Universum absolut verfallen. Und ja, kurzes Feedback, wie gesagt, Rings of Power tut mir einfach weh aufgrund der vielen Dinge, die wirklich einfach katastrophal erzählt werden, die durcheinandergeworfen werden, die einfach absolut merkwürdig sind. Einfach an Galadriel, das Allerschlimmste. Also ich komme mit ihrer ganzen Erzählweise und der Darstellung ihres Charakters überhaupt nicht zurecht. Jetzt haben wir ja auch noch in der letzten Episode erfahren, dass sie schon längst verheiratet ist, dass die beiden sich auch schon voneinander getrennt haben. Sie denkt, er wäre tot. Aber alle, die im Herr der Ringe ein bisschen aufgepasst haben, wissen, dass das nicht der Fall ist. Man muss dafür die Bücher nicht kennen. Ich hoffe, das ist bei den Producern auch so. Aber mittlerweile würde es mich nicht mehr wundern, wenn es nicht so ist. Ich käme vollkommen mit Galadriel, klar, wenn sie einfach ein anderer Charakter wäre. Wir haben ja auch ein paar Charaktere erfunden. Also ich käme vollkommen mit so einem Tomboy-Charakter, klar, der nicht Galadriel wäre. Aber er ist eine andere Geschichte. Ich bin gespannt, was da jetzt noch in der letzten Episode passiert. Ich finde es furchtbar, dass wir den Villain immer noch nicht gesehen haben, offiziell. Ich weiß da aus, wenn es nicht halbrand ist. Ich weiß nicht, ob ich dann die nächste Staffel noch gucken kann, weil es erzählerisch einfach unfassbar peinlich und schlecht wäre. Ja, soweit jetzt erstmal die Hörerin Annika, die es jetzt nicht so dolle findet. Und treue Hörerin Judith hat natürlich auch noch was zu den aktuellen Folgen zum Finale. Und das wollen wir auch eben noch schnell hören. Und noch ein kurzes, ich versuch's zumindest, Feedback zu dem Finale von The Rings of Power. Da muss ich auch sagen, es hat abgenommen. Erstens zieht sich Númenor sehr ewig lang raus und dann gefühlt reiten die in einer halben Stunde zu dem Dorf. Das hat für mich zeitlich auch nicht so ganz hingehauen. Dann pyroklastische Ströme werden bis zu 800 Grad heiß. Also deswegen, dass man die überlebt, das ist schon äußerst unwahrscheinlich. Ich glaube auch für Elben. Was ich auch ein bisschen komisch fand, war der Balrog, wo ich mir denke, passt das zeitlich? Ich dachte, da haben die Zwerge schon gegraben, bevor der irgendwie aus seinem Loch kommt. Und ich habe auch nicht ganz verstanden, wieso Isildur jetzt plötzlich verschwunden ist. Den hatten wir doch kurz vorher noch irgendwo gesehen. Also ich weiß nicht, warum der jetzt für tot gehalten wird. Irgendwie ist mir da was entgangen, glaube ich. Das Hellbrand jetzt aber sauren ist, das fand ich gut. Also wie das Ganze rausgekommen ist. Vor allem über Selle Bimbo, wo man ja schon bei ihm, man spült ja immer die Leidenschaft fürs Schaffen, fürs Künstler, fürs Schaffen. Und dann plötzlich dieses gar nicht so subtile, wir schaffen, war etwas mit dominierendem Charakter. Wo ich gut fand, dass Galatria da auch gleich aufmerksam wird. Ich fand aber das Einzige, was noch gefehlt hat, bei Selle Bimbo war ein dämonisches Glühm in den Augen. Um das noch deutlicher zu machen. Also es ist, ja, es hätte ruhig ein etwas subtiler sein können. Aber ja, man hat es mitbekommen. Das Gespräch zwischen Galatria und Zauron fand ich aber anschließend mich gut. Auch mit diesen Schatten, dieser Schattendarstellung. Und dass sie im Grunde, ja, da ist ja dieses Zitat, was ja schon im ersten Teil von Herr der Ringe ankommt, dass sie halt die dunkle Tyrannin dann wäre. Und ganz zum Schluss, Meteor Man gleich Gandalf. Ja, ist jetzt sonnenklar. Mir ist, glaube ich, besser gefallen, wenn sie tatsächlich daraus einen blauen Zauberer gemacht hat und nicht Gandalf. Ich denke, wenn sie jetzt versuchen, Gandalfs Geschichte zu erzählen, da gibt es einfach viel, was daneben gehen kann. Das ist ein großes Risiko, kann sich aber auch auszahlen. Ich fand es jetzt zumindest ganz gelungen. Der Schauspieler hat auch ihren McKellen-Skandal, finde ich, ganz gut gechannelt. Das habe ich ihm jetzt abgenommen. Und die nächste, die nächste schaffe ich gern kommen, würde ich sagen. So, eure, dann eure Premiere auf YouTube ist schon fest bei mir in den Kalender geschrieben. Ich bin schon gespannt, was eure Meinung zu dem Finale jeweils ist. Bis dann, eine gute Woche. Ja, vielen lieben Dank, liebe Judith. Da hat sie jetzt ja eine Menge Fässer aufgemacht und so ziemlich jedes Thema gestreift, über das wir heute auf jeden Fall noch sprechen werden. Und natürlich am Ende, seid wie Judith, schaut am Mittwoch vorbei. So, Michael, dann lass uns mal einsteigen. Zwei Meinungen, ja, eine, die es zumindest ganz gut verkraftet hat. Jemand, der ähnlich reagiert will, wenn ich Star Trek Discovery gucke. Was sagst du zum Finale? Naja, wir haben ja zwei Folgen, die hier da sind. Ich kann der einen Hörerin an vielen Stellen zustimmen. Also, hier wird Tolkiens Historie sehr durcheinandergeworfen. Um nicht zu sagen, strapaziert, oder? Strapaziert, ja. Also, es ist ja immer diese Lore-Geschichte, immer diese Kennen. Was ist jetzt Kennen, was ist nicht Kennen? Und hier ist jetzt auch wieder, wie ich es zuletzt gesagt habe, wir haben eine Interpretation des Ganzen. Und bei der Interpretation müssen wir mit gewissen Abänderungen leben. Und vor allen Dingen ist ja auch immer wieder diese rechte Geschichte da, sie nicht alles nutzen dürfen, das sie einfach interpretieren müssen. Ein paar Elemente, ja, die sind interessant. Bei Keleborn würde ich jetzt widersprechen. Ja, in den Büchern ist Galadriel natürlich ganz woanders. Und in den Büchern ist sie mit Keleborn zusammen. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt da zu der Zeit gerade in Eregion sind oder schon in Lord Lorien da unterwegs sind. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich finde es als jemand, der es wirklich als Interpretation sieht, einen ganz interessanten Aspekt, weil die hier jetzt noch eine Mystery-Box aufbauen mit dem, was mit Keleborn passiert ist. Weil, stimmt, die müssten eigentlich zusammen sein. Und es war ganz interessant, dass die das an diesem Punkt der Serie noch rausgebracht haben. Also, vielleicht ersetzen ja Keleborn noch mit einem anderen Charakter oder einen anderen Charakter durch Keleborn. Genau. Aber bevor ich zu sehr ins Detail gehe, meine Gefühle zu den zwei letzten Episoden. Licht und Schatten, wie es bei den zwei Hörerinnen war. Schatten, weil ich die Episode 7 jetzt gerade nicht gut fand. Genau diese ganzen Aspekte mit, es ging alles plötzlich viel zu schnell. Die haben sich ganz viel Zeit genommen vorher. Und dann plötzlich sind sie innerhalb von ein paar Sekunden da und von ein paar Sekunden da sind sie plötzlich wieder zurück in Númenor. Haben plötzlich Entscheidungen getroffen, die auch hätten viel früher treffen können. Plötzlich werden die Ringe geschmiedet in einer Episode, wo sie sich auch hätten Zeit lassen können. Das hat man, das Pacing hat überhaupt nicht gestimmt, meiner Meinung nach. Trotzdem, das Finale fand ich an vielen Stellen trotzdem gelungen, weil einfach Dinge wieder auf der Line passiert sind, die man als Fan schon sehr, sehr lange hat sehen wollen. Dass Dinge eingestreut worden sind, in dem Moment man gesagt hat, ja, ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir seit der ersten Szene vor der Halbrand gesagt, dass es so ist. Also, dass es so ein bisschen, ja, Satisfaction dabei war, dass man jetzt diese Auflösung gewählt hat. Und eine Sache, bevor wir gleich komplett dann ins Detail reingehen. Ja, es wurden Dinge gesagt, die Gandalf genauso sagt an bestimmten Stellen im Herr der Ringe. Es wurde aber nicht ausgesprochen, dass er Gandalf ist. Also, die Möglichkeit, es gibt zumindest noch eine kleine Möglichkeit, dass es sich hier um einen blauen Zauberer handelt und nicht um Gandalf, was aber schon sehr verwirrt wäre, wenn sie es nicht machen würden. Also, dementsprechend viel durcheinander geworfen, Licht und Schatten. Es wird interessant, wenn wir nächste Woche drüber reden, über House of the Dragon und diese Serie im Vergleich. Wäre die alleine gelaufen, wäre ich mittelmäßig zufrieden und würde sagen, okay, wir haben die Geschichte, jetzt haben wir Potenzial, jetzt sind so langsam die Schachfiguren platziert und in Staffel 2 können wir richtig anfangen. Im direkten Vergleich der zwei Fantasy-Giganten sage ich nächste Woche noch mehr. Okay, alles klar. Ja, ich habe gerade ein bisschen gezuckt, als du gesagt hast, ach, das ist so schön zu sehen, was man da so auf der Leinwand sieht. Ich tue mir den Kram auf der Leinwand gar nicht mehr an. Ich gucke das echt nur auf dem Fernsehen. Ja, gut. Metaphorisch gesehen, die Leinwand. Ja, ja, ist schon klar. Man könnte es ja, es gibt ja auch durchaus... Du hast ja eine Leinwand, ich habe keine Leinwand. Ich könnte auch den Beamer anschmeißen. Ja. Aber da sind halt wirklich auch Dinge, wo ich sagen muss, das ist halt auch einfach... Das sieht es auch einfach leider nicht gut aus. Das muss man einfach sagen. Und ich habe mir das jetzt wirklich acht Folgen lang angeschaut. Und ich kann über diesen... Jörn in Grotz und Gloria kam ja auch mit diesem Look nicht zurecht. Also habe ich mich ein bisschen mit dem Look beschäftigt. Ich habe noch mal ein paar Szenen angeguckt. Du erinnerst dich an diese eine Szene ganz erst der ersten Folge, wo Galadriel am Eis hängt. Und das Ganze, wie er von uns auch so betitelt wurde, als hätte es irgendwie so einen Render, Blizzard, World of Warcraft... Blizzard-Intro, genau. Blizzard-Intro-Charakter, genau. Und da habe ich mir ein bisschen hin und her geschaut, mir noch mal ein paar Szenen angeguckt. Und hängen geblieben bin ich dann bei Folge 7, als schon wieder eine Zeitlupe von Galadriel auf dem Pferd war. Und da ist es bei mir so gefallen. Hier sind nämlich ein Problem, weshalb du auf einer unterschwelligen Ebene mit dieser Szenen-Serie nicht bonden kannst. Oder die Serie ist, die es dir schwer macht zu bonden, ist, ganz ehrlich, ist die Kamera. Die ist einfach schlecht. Sie ist schlecht. Ich habe es mir aus diesem Gesichtspunkt nochmal angeschaut. Und sie ist wirklich schlecht. Nicht nur, dass eben völlig sinnfrei solche Zeitlupen-Shots reinkommen. Zeitlupe, wenn du Zeitlupe machst, dann willst du was betonen. Entweder will ich hier betonen, dass sie besonders gerne reitet. Dann wäre das aber nice, wenn sie vorher mal irgendwie eine besondere Beziehung zu ihrem Pferd aufgebaut hätte oder sonst irgendwas. Aber wir sind hier in einer Szene, wo eigentlich Eile geboten ist. Der Halbrand ist halb verreckt, dass der sechs Tage so einen Ritt durchhält. Okay, geschenkt. Wahrscheinlich, weil er halt der Evil Sauron ist. Okay, aber hier ist eigentlich Eile geboten. Hier muss es schnell gehen. Und dann wird mir eine Zeitlupe gezeigt. Und dazu auch noch eine, die mal wieder so einen Parfum-Style hat. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt verliebt am Strand lang reitet und ich das irgendwie zelebrieren will oder so. Oder sie ihre Freiheit wieder hat. Nein, das ist eine Szene, wo eigentlich Eile geboten ist. Sie muss den Dude ganz schnell ins Krankenhaus bringen. Und dann zeige ich so eine Zeitlupe. Also das ist einfach schlecht, schlechter Stehen. Ich würde sie so interpretieren, dass sie noch mal einen Moment für sich nehmen muss, bevor sie da ankommt. Dass sie das noch mal verinnerlicht, dass sie jetzt plötzlich wieder bei ihren Elben-Gefährten auftaucht, nachdem sie die ganze Staffel weg war. Weil keiner rechnet ja damit, dass sie wieder auftaucht. Und sie nimmt ihre, sie kommt in dem Moment an, wo eigentlich alle ihre Befürchtungen bestätigt worden sind. Und das ist noch mal dieses kurze Zurücknehmen davor. Filmisch bin ich bei dir. Ich bin auch kein Fan von diesen ganzen Zeitlupen und auch den Einstellungen, die die da gewählt haben. Wie Halbrand da hinten auf dem Pferd in dieser Szene da rumhuppelt. Das sieht einfach alles nicht schön aus. Ich verstehe den Zweck dieser Zeitlupe. Aber sie ist vielleicht visuell nicht unbedingt gut dargestellt, was das angeht. Wenn ich das darstellen will, mache ich einen inneren Monolog. Dann lasse ich sie noch mal im Morgengrauen durch den Wald laufen, alleine, Gedanken versunken. Da mache ich keine Zeitlupe auf dem Pferd. Also ich sehe diese Bedeutung da auch nicht drin. Aber auch hier, sie reitet sechs Tage dahin, um den zu retten. Und zwei Minuten später ist er plötzlich wieder fit. Ja, das auch noch abgesehen davon. Aber es ist ja nicht nur das. Die Beleuchtung ist auch leider, muss man ganz ehrlich sagen, und gerade im Vergleich zu House of the Dragon, wirklich amateurhaft. Richtig krass aufgefallen bei der Szene, wo dann Galadriel mit Gil-Galad spricht. Die dann von einer untergehenden Sonne, oder mit Elrond spricht sie, die von einer untergehenden Sonne beleuchtet werden. Aber dummerweise beide völlig exakt gleich angeleuchtet werden, obwohl sie sich gegenüberstehen. Das wirkt auf so eine unterschwellige Weise künstlich. Daran merkst du, dass es halt dann künstliches Licht ist. Und kein natürliches. Also natürlich ist es nie echtes Sonnenlicht im Film, schon klar. Aber es ist halt auch schlecht nachgeahmt. Dann, weil als die Haarfüße, als die angegriffen werden von diesen Kultisten, oder als dann der Vater dann da seinen Pep-Talk hält, da ist die Kamera auch, da hat man so eine lange Linse gewählt, dass die Kamera so unglaublich weit weg ist. Und er schaut auch dann an der Kamera vorbei und schaut dann andere an. Aber der Gegenschuss dazu, der kommt dann nicht. Also irgendwann müsstest du mal seinen Blickwinkel einnehmen, aus dem Pep-Talk raus, und dann die sehen, die er anspricht. Verstehe, ja. Damit du eine Verbindung aufstellen kannst. Und das passiert halt einfach nicht. Und die Kamera ist auch wirklich unglaublich weit weg. Und es wirkt halt einfach alles flach. Und das ist, glaube ich, so das Problem, dass man so auf so einer unterbewussten Ebene kannst du deswegen mit keinem wirklich so bonden, weil dir halt alle im wahrsten Sinn des Wortes so distanziert einfach daherkommen. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob bei den New-Track-Geschichten, ob da auch so ähnliche Kameraeinstellungen gewählt wurden, das auch so eine Geschichte ist. Und wenn du dann dir House of the Dragon anguckst, ist komplett andere Kameraarbeit. Da wird nicht künstlich mit irgendeiner Zeitlupe gearbeitet, um irgendwas zu betonen, was gar nicht zu betonen ist. Und da wird mit Close-Ups gearbeitet. Da werden Dinge, die wichtig sind, ins Bild gesetzt. Zentral ins Bild gesetzt. Übrigens auch ein Problem von Endor. Das ist noch mal was anderes. Also der Filmtheoretiker in mir, dem Gen, once I've seen it, I can't unsee it. Naja, kann ich verstehen. Ich kann es nur in der Hinsicht deuten, dass sie versuchen, einen filmischen Look hinzubekommen mit diesen weiten Einstellungen, was dann aber aus der Praktikersicht einfach nicht funktioniert, wenn man eine Story erzählen möchte. Aus der erzählerischen Perspektive funktioniert es nicht. Du kannst das machen, wenn du zeigen willst, dass die Haarfüße jetzt mit Meet Your Man da einen weiten Weg vor sich haben. Und dann wirkt das auch toll. Und dann sieht das auch super aus. Ja, das sieht dann auch super aus. Aber es gibt dann einfach ein paar andere Sachen. Ja, ist ein bisschen schwierig. Okay, das soweit mal zum Handwerklichen, weshalb ich mir so ein bisschen erklären kann, warum ich mit der ganzen Show, die ich jetzt weißgold nicht völlig verdammen will, aber nicht so ganz warm werde. Aber wir wollen ja mal ein bisschen unsere Charaktere durchgehen und bleiben wir doch vielleicht einfach mal bei denen, die wir jetzt nicht mehr sehen werden. Also wen haben wir denn in der achten Folge schon nicht mehr gesehen? Wir haben schon Bronwyn und Eorendir und Theo nicht mehr gesehen. Die Zwerge sind auch schon raus. Das war's. Und Ada und die Orks waren in der letzten Folge nicht mehr dabei. Bronwyn und Theo, die haben ja jetzt echt nichts zu tun mehr aktuell. Der wird zwar quasi von Galadriel unter ihre Fitte hier genommen, so ein bisschen aufgezogen als nächster Krieger, was das angeht. Aber da merkt man ja schon ganz eindeutig, dass er in Zukunft eine wichtige Rolle einnehmen soll, die wahrscheinlich in eine eher zwielichtige Ecke geht, so wie er bisher immer dargestellt wurde. Aber vielleicht ist es genau das Gleiche jetzt, was sie mit Heilbrand gemacht haben, dass er von den Helden aufgezogen wird und dementsprechend später aber bewusst dem Bösen zugeordnet wird. Ich glaube ja immer noch, dass er irgendwann spitze Ohren unter seinem Haarschopf hervorkommt. Haben wir immer noch nicht gesehen, ne? Haben wir immer noch nicht gesehen, ganz genau. Die Bronwyn geht dann mit ihm nach Pelagir, Peligir oder sowas? Muss man das mal sagen? Ja, was ist das? Ein Ort, eine Hafenstadt, so viel habe ich mitbekommen. Ja, das ist ein recht wichtiger Hafen, der vor allen Dingen im Zweiten Zeitalter von den Numenorern benutzt wird und auch später in den Büchern ziemlich umkämpft ist. Der mal in die Hände von Sauron gelangt, mal wieder in die Hände der Numenorer und dementsprechend ein recht wichtiger Knotenpunkt ist, wo erstens Handel stattfindet und andererseits an die Küsten von Mittelerde angelegt werden kann. Okay. Dann, wen sehen wir auch nicht mehr in der Folge 8, ist Ada und seine Orks. Nachdem, und da kam ich mir ehrlich gesagt ein bisschen, also ich stelle mal die These in den Raum, die Macher der Show halten ihre Zuschauer für völlig bescheuert und dumm. Und zwar so dumm, dass man Mordor einblenden muss, damit es auch der letzte Vollhonk gerafft hat. Hast du das auch so empfunden? Auch hier denke ich wieder, dass die ja, dass die versucht haben, damit die Atmosphäre zu stützen, wie sich jetzt die Südlande einerseits in Mordor wandeln und andererseits, dass sie wirklich den letzten noch abholen, dass er kapiert, dass es Mordor ist. Aber ich glaube, es ist eher ein atmosphärisches Ding, dass das so eingesetzt wird. Ja, ist auch wieder hier typisch die Faust aufs Auge. Das hätte es jetzt nicht gebraucht. Man hätte vielleicht einfach nur Mordor einblenden sollen, wenn man das unbedingt hätte einblenden wollen. Aber, nun gut, zumindest fand ich den Shot ganz nett, die Einstellung darauf. Das stimmt allerdings. Wen wir auch nicht mehr sehen, ist der Ballrock, den wir in Folge 7 am Ende sehen. Und da hat ja jetzt unsere Hörerin Judith ja auch schon gesagt, das ist ja dann, und da habe ich jetzt wirklich ganz verschiedene, also das Internet ist sich nicht einig, welcher Ballrock das jetzt ist. Ist das jetzt Durin Spain, also der Ballrock, den wir kennen aus dem ersten Teil, die Gefährten, oder ist das jetzt Just Another Ballrock? Nein. Klär uns auf. Das muss Durin Spain sein. Ist unten in Moria. Ist unten in Moria und wird aufgeweckt durch das ganze Ding. Zeitlich gesehen, ist Khazad-Dum, wird eigentlich noch das ganze zweite Zeitalter bearbeitet. Die Minenarbeiten, die Grabungsarbeiten, die fangen jetzt erst so richtig an und sie graben ganz, 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 ganz viel Mithril aus, bis irgendwann die Adern erschöpft sind, so Anfang des dritten Zeitalters. Und dann die Zwerge aufgrund dessen, dass sie aber weiterhin noch Mithril finden wollen, tiefer und tiefer graben und dabei den Ballrock aufwecken. Und der dann zum Fall von Khazad-Dum, Moria, führt. Also, ich meine, da man diese Staffel ja scheinbar Gandalf einführt und das sowieso alles sehr komprimiert, was das angeht und wichtige Ereignisse komplett umschreibt, zumindest könnte ich mir vorstellen, dass der Fall von Khazad-Dum irgendwann in dieser Serie noch eine Rolle spielen wird. Wahrscheinlich nicht in Staffel 2, wahrscheinlich nicht in Staffel 3 oder vielleicht zum Ende hin von Staffel 3. Dafür, das wäre wirklich allzu schade, wenn sie Moria nicht noch weiter ausbauen würden. Aber man hat zumindest die Gefahr angeteast und hat ein kleines Member-Barrick reingeworfen. Ah ja, kenne ich aus dem Film. Ist denn dann, meinst du, der Elb, den wir sehen bei der Entstehung, das Mithril im Kampf gegen den Ballrock, meinst du, den werden wir noch mal kennenlernen? Auch da gehen ja die Gerüchte rum, es könnte dann doch der allseits beliebte Glorfindel sein, der irgendwie nicht vorkommt oder vielleicht doch Keleborn? Ja, das ist die Frage, wer das sein kann. Eine Theorie ist es auch, dass es Galadriels Bruder sein könnte, den wir ja schon hier in den Rückblenden gesehen haben, dass es Finrod sein kann und dass der vielleicht nicht da untergeht. könnte Keleborn sein, könnte jemand anders sein. Zumindest, glaube ich, haben wir das Letzte noch nicht gesehen. Glorfindel ist so eine Sache. Ich weiß nicht unbedingt, ob sie ihn da mit reinbringen, weil das ist eine recht komplexe Geschichte, die hinter dem steckt. Weil das ist einer der Elben, die wirklich gefallen sind, dessen Seele in Mandos Hallen nach Valinor zurückgekehrt sind. Wir erinnern uns aus unserer vorherigen Besprechung, Elben sind unsterblich und Elben sind an Mittelerde oder diesen ganzen Realm, dieses ganze Reich gebunden. Und wenn sie sterben, kehren ihre Seele in die Hallen eines Gottes nach Valinor zurück und sie können eigentlich eine neue Form einnehmen. Und Glorfindel ist einer derjenigen, der wieder einen Körper bekommt und dann später nach Mittelerde zurückreist, um auch im Herr der Ringe an sich aufzutauchen. In den Filmen wurde seine Position vor allen Dingen durch Arwen ersetzt in die Gefährten, weil Arwen diejenige ist, die die Gefährten dann nach dem Kampf auf der Wetterspitze wirklich aufnimmt und Frodo nach Bruchtal rüberbringt. In den Büchern ist das Glorfindel. Was ich mich so frage, wenn du mir das immer so erzählst, der Tolkien hat schon eine Menge Zeit gehabt. Viel zu tun hat er nicht. Du musst bedenken, du musst bedenken, der Kerl hat mit vier Jahren gelesen und geschrieben. Mit vier Jahren konnte der lesen und schreiben. Der hat sich so dermaßen verletzt. Was? Das kann ich heute noch nicht. Genau. Das kann ich heute noch nicht. Der hat sich enorm damit beschäftigt. Als er angefangen hat, über ein Hobbit zu schreiben, hat er schon die ganzen Geschichten rund um Elben zumindest teilweise im Kopf. Der hat 40, 50 Jahre an dem Ding geschrieben und immer wieder neu geschrieben und sich immer wieder korrigiert und immer wieder Aspekte in dieser Welt entdeckt. Und nicht umsonst ist der das Template für alles, die Vorlage für alles, was man in den Jahrzehnten danach an Fantasy in irgendeiner Weise mitbekommen hat. So tief, wie der seine Geschichte erzählt hat, da kommt nicht mehr ansatzweise so ein George R. Martin dran, der ja auch selber sehr viele Hommagen an Tolkien bei sich in die Bücher reingeschrieben hat und in viele Szenen rein. Also diese Welt, die umfasst nicht umsonst so viel, dass es Studiengänge darum geht, dass sich Wissenschaftler lange damit beschäftigen, Sprachentheoretiker lange damit beschäftigen. das ist ein unglaubliches Ding und ich kann nur jedem empfehlen, der zumindestens Interesse dafür bekommen hat durch die Serie oder durch die Filme, lest euch mal ein bisschen in die Bücher ein. Ja, an manchen Stellen ist er sehr ausschweifend und man braucht ein bisschen anderes zu bekommen, aber wenn er in diese Welt eintaucht, dann kommt er nie wieder raus. Es gibt so viel zu sehen und so viel zu entdecken, was einfach enorm krass ist. Ich merke es schon, ich merke es schon. Also wir waren beim Ballrock stehen geblieben und beim Tiefgeschürften und bei dem potenziellen Elb, der den ganzen besiegt hat und wen wir auch nicht mehr sehen, das war ja die Eingangsfrage, sind jetzt ja die Zwerge Durin Junior gegen Durin Senior. Da hat sich jetzt ja der Junior sozusagen, naja, er zettelt so eine kleine Palastrevolte an zusammen mit seiner Frau. Ja. Naja, er ist der Nachfolger, was es angeht. In den Büchern habe ich auch, glaube ich, irgendwann mal gesagt, ist es gar nicht so gewesen, dass Durin der Vierte und Durin der Dritte irgendwie nebeneinander leben. Es ist so, dass die ein paar Generationen zwischen sich haben und man sagt, dass immer mal wieder Durin neu geboren wird und dementsprechend wird derjenige dann wieder Durin genannt. Hier haben sie es wie immer komprimiert und ich glaube, der Fall von Khazad-Dum ist so um Durin den Sechsten auch erst. Theoretisch Durin den Fünften oder Durin den Sechsten. Ich meine, es bringt hier natürlich ein Drama dazu, eine Ebene, dass wir ein bisschen was bei den Zwergen zu erzählen haben und diese Revolte kann sich jetzt in Teil 2, in Staffel 2 auch so ein bisschen aufbauen. Und ja, wir haben hier auch viele Aspekte drin, dass die Zwerge, dass der Durin der Dritte daran zweifelt, dass er eigentlich ja Reason zeigen will, dass er eigentlich immer dieses blöde Denglisch, wenn man nicht auf die Wörter kommt. Vernunft, er möchte Vernunft. Vernunft, genau. Sag mir doch gleich Vernunft. Dass er Vernunft zeigt und weiß, dass die nicht zu gierig sein sollten, aber Durin der Vierte, natürlich getrieben durch die ganze Hintergrundstory von den Elben und durch seinen besten Freund natürlich in einer ganz anderen Ansicht ist und er sagt, du gehörst zum alten Eisen, lass doch mal die junge Generation übernehmen. Meinst du denn, oder andersrum, wie tritt denn so ein, ich meine, die Zwerge werden ja recht alt, da wartet man dann als Sohn schon ganz schön lange drauf, bis so ein Alter, sagt dann mal, das Zeitliche segnen. Ja, theoretisch schon. Theoretisch können die irgendwie mindestens 200 oder 300 Jahre irgendwie so in der Richtung werden, jedenfalls deutlich älter als die Menschen. Gimli war ja auch 90, glaube ich, als er mit den Gefährten losgezogen ist, irgendwie so in der Richtung. Deshalb, ja, das könnte hier dauern, da bin ich mal gespannt, wie sie es in den nächsten Staffeln machen, weil dieser ganze Konflikt ist ja sowieso mehrere tausend Jahre eigentlich lang und die Numenora haben das Glück, dass sie natürlich auch viel, ein langes Leben geschenkt bekommen haben, aber das, was wir alles sehen, wird hier extrem komprimiert, was das angeht. Und der ganze Beef entspinnt sich ja darum, dass der Durin Senior das nicht überzeugt werden kann, das Mithril rauszurücken und wir, obwohl er weiß, dass es eindeutig die Rettung der Elben wäre, symbolisiert durch dieses Blatt. Ja. Und da habe ich mir, habe ich mitbekommen, dass es dann doch ganz schön das Lore sehr frei interpretiert, dass dieses Mithril so eine krasse Heilwirkung hat. Am Ende der Megafil für alles, sozusagen. Genau. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, dass Mithril komplett eine neue Origin-Story hier bekommen hat. Mithril war eigentlich nur ein einfaches Metall. Ein besonderes Metall, was geformt werden konnte und was besonders starke Eigenschaften hatte. Und hier hat man das natürlich aufgeladen, um wahrscheinlich auch dieser Komprimierung der Zeitlinie ein bisschen, um die etwas zu unterstützen. Um nicht zu sagen, um irgendwie einen Grund dafür zu bringen, dass die Elben Gefahr laufend da hinzusiechen in Mittelerde. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es ein guter Ansatz ist, diesen Weg zu gehen, ist auch wieder so eine Interpretationsgeschichte. Also es ist eigentlich eine Umdeutungsgeschichte. Sie bringen einen neuen Lore dazu, was sie auch an anderen Stellen machen. Finde ich holprig, finde ich als Fan auch nicht besonders toll, aber muss man jetzt als Grund mit leben und führt natürlich zu gewissen Konflikten. Ich sagte ja gerade, es ist eigentlich jetzt der Megafin, der eigentlich sozusagen überhaupt das Ringeschmieden in Gang bringt. Also nicht nur, aber auch. Aber eben auch. Ja, das ist halt die berühmte Stoppuhr, die berühmte Uhr, die runterzählt, der Counter, der Zähler, um ein bisschen Druck dahinter zu bringen. Bevor wir dann also jetzt zum Elefanten im Raum kommen, wollen wir noch ein paar andere Charaktere abhandeln. Gehen wir noch eben mal schnell nach Numenor. Über Isildur brauchen wir nicht sprechen, den hat das Drehbuch nämlich völlig vergessen und der ist einfach nicht mehr aufgetaucht, nachdem er, wie Judith ja schon angemeldet hat, einen 800 Grad heißen pyroklastischen Sturm überstanden hat, wie übrigens alle anderen auch. Das hat mich auch echt angepisst, also muss ich ganz ehrlich sagen, so, come on. Ah, come on. Aber gut, wir hatten beim letzten Folge schon drüber spekuliert, dass es eigentlich so nicht funktioniert, aber okay, whatever. Aber jetzt hast du schon deine Stimme erhoben, wieso ist Isildur, ich meine, ich meine, den brauchen wir natürlich noch, aber dem fällt was auf den Dez und dann ist er erst mal weg. Alle denken, wir wissen natürlich, dass er nicht tot ist. Wir wissen, dass er nicht tot ist, wir brauchen ihn noch bis zur letzten Schlacht, so ungefähr. Und wir haben ja auch wieder das treue Pferd, bei Tolkien muss es immer treue Pferde geben, die hinter ihm her sind und ihn retten wird. Ich bin nur gespannt, wie sie seine Story aufteilen wollen. Er muss ja scheinbar irgendwie noch ein bisschen wachsen und dazulernen und das Potenzial haben, eigene Königreiche zu gründen. Ich meine, die Anhänger von den Getreuen, also den Gläubigen, die noch auf Elbenseite sind, die werden zu den Numenorern später, die wirklich das große Numenorische Königreich aufbauen. und Isildur ist einer der großen Könige da, die da mithelfen. Auch hier wieder interessant, wie sie mit dieser Zeitkomprimierung fortfahren. Und Isildur ist eigentlich auch ziemlich ein Widersacher von Sauron, was das angeht. Vielleicht haben sie ihn bewusst dagelassen, um ihn als Gefangenen zu halten, der dann am Ende einerseits versucht wird, von Halbrand, also Sauron, zu überzeugen, auf seine Seite zu wechseln und dann erst recht zum Elbenfreund wird. Wer weiß, also da die Geschichte ist wirklich komplett offen, weil sie auch wirklich ganz, ganz abweicht von Themen, was etablierter Lore ist. Du bist so unglaublich diplomatisch, was das angeht. Ja, aber ich habe es schon... Die Diskussionen im Internet wären alle so, das ist ja teilweise schon geradezu, also ja, es sind ja Kriege, die da geführt werden. Ich weiß, aber sehen wir es doch mal so an. Wir haben hier wieder Tolkien nach Jahren und nach vielen Enttäuschungen in den Hobbit haben wir auf der Leinwand, auf dem Fernseher. Wir haben es im Bildlichen, wir haben eine schöne Erzählung darum rum, die etwas holprig ist, aber ja, im besten Falle führt das dann auch zu, dass neue Generationen mit Tolkien in Berührung kommen und in dieses Universum eintauchen können. Im schlechtesten Falle haben wir eine mittelmäßige Serie, die aber zumindest ein paar schöne Bilder zeigt. Da braucht man noch gar nicht so seine Religionen irgendwie in die Religionskriege ausbrechen, auch bei allen anderen. Dieses ganze toxische Gelaber wie, meine Kindheit wird zerstört. Nee, ihr habt doch noch eure tausenden Seiten, die ihr wieder lesen könnt und dann macht doch irgendwie gerne was Besseres und seht das doch nicht. ich freue mich darauf, dass wir eine Interpretation des Ganzen bekommen, auch hier wieder Interpretationen, jedes neue Gewerk, jede Adaption in ein neues Medium ist auch wieder eine Interpretation des ganzen Stoffes und wenn es dann eine neue Interpretation ist, die vielleicht anderen Generationen gefällt und neue Leute in dieses Thema reinbringt, dann freut euch doch darüber, dass über euer Franchise geredet wird und dass es wieder Aufmerksamkeit bekommt und das ist eher die Sache, die ich hier sehe, wenn sie es jetzt komplett umgedeutet hätten und das Ganze auf Asylum Niveau gewesen wäre, wie wir es eben schon gesagt haben, okay, dann könnte man darüber streiten, was haben die denn da für ein Mist mitgemacht, aber ich sehe eher die positiven Sachen hier dran und ich sehe auch noch das Potenzial in dieser Serie, die können ja immer noch aus ihren Fehlern lernen, wie andere Serien es nicht gemacht haben, über die wir auch gerne mal sprechen, aber hier ist doch zumindest das Potenzial da. Exakt und das muss man auch immer wieder mal betonen, ja, also, wir hauen auf manche Serien drauf, weil es einfach nach vier, fünf Staffeln einfach nur Murks ist, wir haben immer jede Staffel eigentlich auf die Note beendet, naja, komm, das war nicht alles Gold, was glänzt, aber es kann ja nur besser werden, sie können und die Hoffnung habe ich hier ja auch und wir haben schon viel, viel schlechteres gesehen, über viel, viel schlechteres geschaut, man muss am Ende schon festhalten, wir jammern hier auf hohem Niveau, das steht ja außer Frage. Ja und letztendlich, wie gesagt, die Zutaten für eine richtig gute Serie sind ja da, es gibt ja wie, guckt euch den ganzen Star Trek Murks von früher an, wie der in der ersten und zweiten Staffel mal, dann braucht du eine Zeit, um den eigenen Rhythmus zu finden, um da rein zu finden, um zu sehen, was gut ankommt und was nicht gut ankommt und ich sag dir hundertprozentig, so viel, wie die ihre Daten da auswerten bei Amazon und so viel, wie die Daten getrieben sind, werden die sicherlich ihre Lehren daraus ziehen, was gut funktioniert oder nicht, ich hoffe nicht die falschen Lehren, wie sagt, boah, geile Effekte, dann wird es aber ein Crowdpleaser, dann wird es ein Crowdpleaser. Die geben Millionen aus, dann ist es halt ein Crowdpleaser, wenn gleichzeitig darüber gesprochen wird und es nicht wie das DC-Franchise, das DC-EU im Boden versinkt und dann immer wieder neu gebootet wird, ist das okay, ist das okay und wir wissen ja noch nicht, wir haben gesehen, was in dieser Staffel da war und wir haben so ein bisschen die Zutaten gesehen, die die Köche hier reinwerfen, wir wissen jetzt, und das habe ich am Anfang dieser Serie gesagt, wir wissen ja noch gar nicht, wie clever die Schreiber sind und wie nicht und jetzt haben wir zumindest ein Gefühl dafür bekommen, in welche Richtung die uns treiben, ich habe irgendwann gesagt, wenn sie clever sind, machen sie das und das, wenn sie clever sind, dann wird vielleicht Halbrand das und das machen, jetzt wissen wir, welche Intentionen, die in der ersten Staffel verfolgt haben und worauf das hinausgelaufen ist und können uns mehr darauf einstellen, wie es in Zukunft wird und erst ab der nächsten Staffel können wir eigentlich sagen, lernen sie daraus oder nicht, weil das ist eine fortlaufende Story. Gut, zurück zur Story. Zurück zurück zurück, ganz genau, wir haben also jetzt über die Zwerge nochmal kurz einen kleinen Exkurs gemacht, sicherlich, man könnte über alles stundenlang reden, aber wir werden hier schon Überlänge haben, das ist jetzt schon abzusehen, von daher freut euch auf einen langen Podcast, liebe HörerInnen. MeteorMan und die Haarfüße und die drei Kultisten, lass uns mal dahin gehen. die drei Trump-Anhänger oder mal andersrum, als die Folge 8 losging und die zu ihm Sauron sagen, haben dich da die Serienmacher kurz mal gehabt, hast du gedacht so was oder hast du gedacht ah, nice try. Ich habe schon gedacht nice try mit ein wenig Zweifel im Hinterkopf. Hätten sie es so gemacht, hätte ich gedacht, was macht ihr Dummes, aber ja, es war zumindest für jemanden wie mich war es offensichtlich, dass sie ihn irgendwie verwechseln müssten und selbst wenn, ich meine, hätte man hier einen wunderbaren Twist daraus ziehen können, dass vielleicht Sauron sogar eine gespaltene Persönlichkeit hat und der eine Aspekt da ist und der andere Aspekt da, das hätte ich ja sogar noch mal ganz interessant gefunden, obwohl es irgendwie keinen Hinweis dafür ansatzweise gegeben hat. Dass sie gleichzeitig aufgetaucht sind, hat so ein bisschen das schon verraten und es waren einfach zu viele Hinweise in Richtung Magier, was das anging. Also lustigerweise meine Schwester hat mir am Anfang der Folge geschrieben eine WhatsApp, hä, der Stranger ist jetzt Sauron, wirklich? Und ich habe geschrieben, guck doch erst mal zu Ende. Also womit wir wieder dabei wären, wie Otto Normal Nicht-Nerd oder Nerd-Faktor-2-Mensch sowas konsumiert und wie Tolkienist noch mal anders und ich als Nerd das konsumiere. Und am Ende des Tages ist es wie bei Star Trek und bei Star Wars auch und das meinte ich mit Crowdpleaser. Mit Crowdpleaser meinte ich nicht eine Serie, die dir und mir pliest, sondern eine, die deine Schwester pliest, weil davon sind sie nämlich im Zweifel mehr. Ich persönlich halte das ja nur für eine quantitative Kategorie, nicht keine qualitative, weil deine Schwester wird im Zweifel kein weiteres Geld dafür ausgeben. Wir schon. Und von daher denke ich, pliest mal lieber uns, uns kann man da nämlich noch ein bisschen mehr Geld aus der Tasche knöpfen, aus der Tasche ziehen, als deiner Schwester, die ist halt guckt, dann auch ganz gut fand und vielleicht ihr Prime-Abo behält, wird sie aber sowieso behalten, sie würde es aber auch nicht kündigen, wenn es richtig grottig ist und sie würde es wahrscheinlich auch nicht extra nochmal nur deswegen verlängern. Aber dazu gibt es lustigerweise hat Amazon da schon zumindest geantwortet, die sind ja etwas rar, was das angeht, was die echten Zahlen angeht, aber angeblich soll es wohl sein, dass die Heer-der-Ringe-Serie so ein bisschen ihre Gateway-Effekte hatte. Andererseits konnte man mehr Zuschauer gewinnen, also mehr Abonnenten gewinnen, ganz deutlich hat man das gesehen, andererseits nutzen die das auch immer ganz gerne, um andere Serien zu empfehlen und da hatte Rings of Power wohl ganz starke Effekte, um die weiterzuleiten auf Prime, um noch anderes zu gucken. und von daher muss man aktuell sagen, dass es ein recht großer Erfolg für die ist, auch wenn House of the Dragon natürlich auch noch mal ganz andere Zahlen zu bieten hat. Und falls ihr einer von diesen Personen seid, die jetzt wirklich nur deswegen Prime haben und ihr habt noch ein paar Wochen übrig, dann schaut auf jeden Fall die Expanse. Zurück wieder zu den Haarfüßen und zu Meet Your Man. Also ich saß vom Fernsehen nicht so come on, ja, so really jetzt echt jetzt und also ach nee, okay, gut, nice try, das ist einfach, also andersrum, hätten sie das gemacht vor zwei Folgen, als wir noch nicht die ganz eine eindeutigen Hinweise Richtung Zauberer, ich will ja gar nicht Gandalf sagen, ich will ja nur Zauberer sagen, dann hätte es sicherlich noch ganz gut funktionieren können, so war es eigentlich schon nach den letzten zwei Folgen klar, dass es definitiv also von daher ist ja jetzt eigentlich nur die Frage, ist es jetzt wirklich Gandalf oder ist es wie du immer sagst einer dieser Blue Wizards und ich denke da auch wenn es noch nicht ausgesprochen wurde, du hast es vorhin gesagt, können wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es heavy implied ist, also stark impliziert wird, dass es Gandalf sein soll, allein schon wegen dem exakt gleichen Nase genau sondern hier wer heißt sie Marian wie heißt sie Maria Doc genau ich denke auch immer an Nori heißt sie genau im Zweifel Nori Folge deiner Nase so und ja dazu war auch der Kampf mit den drei Kultisten ja so inszeniert dass er von der einen Oberanführerin und das ist ja gar nicht die Anführerin die 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 meiste Power hat da wird er so rumgeschmissen wie Saruman ihn auch rumschmeißt in der Luft das ist natürlich komplettes Zitat des ganzen typischer Zaubererkampf den man da hat gut wir haben aber noch nicht wirklich über die Folge sieben bei denen gesprochen da ist ja auch noch ein bisschen was passiert zumindest sind die hat er auch hier wieder Kräfte gezeigt die sind an ihrem Punkt angekommen wo die angekommen sind da ist scheinbar ein Stück von Mount Doom angekommen und hat es platt gemacht was mich gewundert hat dass die nicht mal irgendwie ansatzweise was von der Explosion mitbekommen haben hätten die ja schon müssen ja vor allem habe ich mir gedacht ja gut dann geh halt 100 Meter weiter ja okay da liegt halt jetzt ein bisschen Lama rum gut geh weiter 500 Meter da ist alles noch in Ordnung so okay gut ja und dass er auch direkt abhaut als es nicht gut läuft das ist so ein bisschen wieder diese Zwiegespaltenheit die bei den Haarfüßen mit rein bringen einerseits wollen sie uns zeigen dass das eine ganz enge Community ist andererseits haben sie dann wieder den Aspekt dass die Leute ausstoßen was völlig untypisch für die Charakterisierung bisher ist soll der plötzlich abhauen und dann raffen die sich zusammen um ihm zu folgen und ihm zu helfen obwohl er noch gar nicht bisher so viel für die getan hat gut er hat ihren Wald am Ende geheilt er wird dann wieder verbrannt und eigentlich wäre dann die typische Reaktion komm lass uns abhauen dass wir gar nichts mit dem zu tun haben wie wir sie kennengelernt haben ist aber hier nicht die packen sich zusammen in einen kleinen Gefährten Trupp und wollen den retten aus welchen Gründen auch immer also diese ganze Handlungsweise der Haarfüße ist so dermaßen sinnfrei und man kann sie nicht nachvollziehen dass das ein Punkt ist der mich extrem gestört hat an dieser ganzen Geschichte Ja und auch mit denen kann ich halt leider nicht so wirklich bonden also so nett dass das Lied auch ist dass sie die Nori da in der vorletzten Folge gesungen hat das rettet es leider ehrlich gesagt auch nicht für mich und jetzt sind die beiden ja so Nori und nennen wir ihn mal ist da sind jetzt ja wo gehen die jetzt eigentlich hin am Ende von dieser Folge also Tolkien hat ja seine schöne Mittelerde auch die Karte davon und alles was so ein bisschen im Südosten ist mehr im Süden da wissen man nicht so viel von Südosten Meer Osten das wird immer als der Osten bezeichnet da sind noch riesige Gebiete die über die noch nicht so viel geschrieben wurde und Run ist einer dieser Gebiete wo zumindest viel angedeutet wird in Tolkien Schriften aber nie viel darüber geschrieben wird die blauen Zauberer die sind zum Beispiel auch da unterwegs oder in der Zeit in der Sauron untertaucht und die blauen Zauberer auftauchen und Saruman übrigens auftaucht sind die irgendwann zu einer ähnlichen Zeit unten in Ruhen und lernen verschiedene Mysterien die die Gegend bereithält und dass sie wieder zurückkommen war Saruman ganz klar irgendwie in der Lehre der Ringe der Macht irgendwie unterwegs und Sauron hat neue Verbündete da unten bekommen also das ist auch noch etwas ein Bereich der quasi ein leeres Blatt Papier ist für die Showrunner um da ganz eigene Storylines zu entwickeln vor allen Dingen wie ich gerade schon gesagt habe die waren tausende Jahre da unten oder zumindest hundertel Jahre was das angeht und haben sicherlich irgendwelche Sachen erlebt was die erlebt haben und was die für Erkenntnisse gewonnen haben das wissen wir nicht wir wissen nur dass es die Möglichkeit gibt wir wissen auch nur dass scheinbar diese Kultisten aus der Ecke kommen und dass es ganz viele Kultisten sowieso gibt ganz viele Sauran Anhänger oder Morgoth Anhänger die in der Ecke da unterwegs sind das bietet zumindest Potenzial um diesen Teil des Tolkien Universums in dieser Geschichte noch ein bisschen auszuschmücken und eigene Storys zu schreiben sag mal diese Kultisten werden die zu Nazgul die sahen so ähnlich aus diese Geister zu denen er sie dann verbannt die hatten ganz scheinbar Verbindungen zu dieser Unseen World zu dieser es gibt ja diese Welten in Mittelerde einmal The Unseen World und The Unseen World und in Unseen World sind Geister unterwegs und viele Mächte und solche Götter wie zum Beispiel die Valar die in Valinor sind die können in beiden Welten wandeln und auch alle Elben die schon mal in Valinor drüber waren die tauchen auch in beiden Welten gleichzeitig auf bestes Beispiel dafür ist aus Herr der Ringe in den Filmen als Frodo nach der Wetterspitze immer weiter abdriftet in diese Welt reindriftet die er auch sieht wenn er den Ring aufsetzt wo er dann Arwen sieht wie sie leuchtend ist und das ist die Art und Weise wie Arwen in dieser Unseen World oft erscheint aufgrund dessen dass sie eigentlich hätte in Valinor sein müssen aber das war jetzt ein bisschen umgeschrieben dafür aber ja dadurch dass wir quasi diese Anmutung der Nazgul bekommen haben ist das zumindest ein Hinweis darauf dass sie in irgendeiner Art und Weise mit dieser Paralleldimension möchte ich mal sagen verbunden sind und wenn doch der Gandalf also wenn du hast jetzt gerade wieder Valinor gesagt das ist ja nochmal sozusagen der das Paradies von Mittelerde umso sozusagen da fahren die ja mit dem Schiff hin wieso kommt denn dann der Gandalf ist da Meteor mit dem Meteor warum kommt er nicht mit dem Schiff das ist die Frage das ist die Frage die weiß ich nicht bescheid keine Ahnung das ist das große Ding kein Schwein weiß Gandalf kommt mit den anderen Istari per Schiff an die kommen an den Küsten an und dann bei Kier dann dem Schiffsbauer der dann Gandalf seinen Ring gibt des Feuers mit dem er unterwegs ist und das Feuer in den Herzen aller Menschen die er trifft entfachen kann so ungefähr aber das ist ganz klar wirklich wieder eine Umschreibung des Ganzen und warum er über einen Meteor da ankommt das ist eine Frage die uns irgendwann hoffentlich noch beantwortet wird aber eine Sache müssten wir eigentlich hier noch anstehen eine Sache möchte ich hier noch wissen zum Stranger und zu Nori hättest du nicht auch gedacht dass Poppy mit denen mitläuft ja stimmt eigentlich schon die brauchen immer einen Sum eigentlich dabei und jetzt haben sie keinen Sum dabei hast vollkommen recht jetzt fehlt wirklich so ein Sum ja stimmt die wird ganz sicher noch in irgendeiner Art und Weise eingesammelt werden es war ja kein unsympathischer Charakter ich würde sie gerne dabei haben ich war richtig enttäuscht dass sie nicht mitgekommen ist es war nach diesem herzlichen Abschied über den sie sich doch noch am Ende gefreut hat dass sie einen schönen Umabend haben Tränen sind geflossen und ich habe auch im Internet gelesen bei anderen sind Tränen geflossen bei mir nicht unbedingt aber ein Trio wäre doch besser als nur zu zweit unterwegs zu sein ja da hast du auch ein bisschen mehr Dynamik drin aber es kann auch sein dass es sehr schnell langweilig wird aber gut okay es ist wie es ist vielleicht kommt es ja da noch nach wer wieder nach Hause kommt und einen kräftigen Tritt in die Eier gekriegt hat das sind ja die Recken aus Numenor das war wohl nichts mit dem kleinen Ausflug nach Mittelerde ich meine der Palatir hat es ja seine Tochter ist das seine Tochter oder seine Ziehtochter ist das ne 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 die Tochter das ist ja die Tochter von Elendil ne achso Miriel meinst du jetzt Miriel jetzt ist die Tochter ja Miriel ist seine Tochter genau der hatte ja gesagt alles was du dort finden wirst ist Dunkelheit vielleicht jetzt nicht ganz so wortwörtlich zu nehmen aber okay ist jetzt also sie erblindet im Zuge dieser der Erschaffung von Mount Doom und jetzt kommen die Numenora wieder zurück und dort in Numenor passiert eine lustige Parallele zu House of the Dragon ich habe zweimal innerhalb von einer Woche also mehr oder weniger die gleiche Szene gehabt und aber dieses Mal doch besser inszeniert als bei House of the Dragon um ehrlich zu sein ich habe die House of the Dragon Folge noch ja ich habe die House of the Dragon Folge nochmal geschaut und das Forever Nerd Girl habe geguckt weil sie noch eine Folge hinten dran hing also habe ich die Folge nochmal geguckt die Folge 8 sie hat es nicht gecheckt die Verwechslung von Alicent und und Viserys und hier war es aber dann doch eineindeutig und das war ja das was ich in unserem letzten Podcast angesprochen hatte ich fand es nicht gut inszeniert und hier war es definitiv besser inszeniert wobei man hier ja ganz klar sagen muss dass die wie heißt sie eher ran eher rondir glaube ich heißt sie irgendwie sowas die weiß ja ganz genau dass sie nicht gemeint ist earien heißt sie genau sie weiß ja ganz genau dass sie nicht gemeint ist im Gegensatz zu Alicent die ja gar nicht checkt dass sie ja gar nicht gemeint ist ja und sie nutzt die Gelegenheit um dem Palantir näher zu kommen sieht sie denn dann das oder wird sie denn dann das gleiche sehen das sehen alle in dieser Palantir ist die Frage ist die Frage ne ja ist die Frage ich glaube wir können es noch mehr in die Richtung Spiegel von Galadriel deuten und dass vielleicht jeder so eine Eigeninterpretation des Ganzen sieht und wir haben ja noch Pharrason da der auch zumindestens nur er wurde eigentlich noch nicht mal angeteased in dieser Staffel was mich ziemlich enttäuscht hat weil Pharrason aber noch nicht so wirklich als noch nicht so wirklich als Evil Dude ne ja und Pharrason hat eigentlich so eine große Bedeutung in dieser Geschichte und wird noch ein richtig großer Charakter sein dass ich fand wichtig wichtig ja und das das finde ich das finde ich so schade weil wie gesagt das ist ein wichtiger Charakter und wir kriegen noch nicht mal einen Ansatz von ja wir haben einmal seine Rede vor den von der Menschenmasse mitbekommen ja so eine Menschenmasse war das jetzt auch nicht wirklich ja aber er ist eigentlich auch auf Spur was das angeht was alle die Aktivitäten angehen er guckt ein bisschen bedröppelt als jetzt der König gestorben ist und sagt ja dann müssen die Banner aufgehangen werden aber das zeigt dem Zuschauer ja noch nicht mal ansatzweise in welche Richtung dieser Charakter gehen kann so und wenn du das jetzt auch wieder vergleichst ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen wie jetzt in der letzten Folge House of the Dragon der der Startstreich inszeniert wurde versus jetzt hier Welten Welten wieder zugunsten von House of the Dragon dazu nächste Woche mehr naja ist ist die Frage ob hier raus direkt ein Startstreich wird also sicherlich werden die sich erstmal damit beschäftigen müssen dass die Mission völlig viel geschlagen ist dass sie jetzt eine blinde Königin haben die noch härter den Elben verfallen ist und sich wahrscheinlich auch an Sauron rächen will wenn sie irgendwann mal davon von erfährt gegenüber den sehr isolatorisch draufseienden Numenorern die eigentlich die ganze Zeit gesagt haben schick doch diesen Elben weg siehst du doch was damit passiert und ich glaube nicht dass in diesem Moment schon ein Putsch stattgefunden hat sondern nur wirklich dass sie ankommt und nachdem sie einen schlimmen Tag hatte nochmal einer draufgesetzt wird dadurch dass ihr Vater verstorben ist okay gut wir werden es sehen dann würde ich sagen hüpfen wir jetzt endlich mal nach Eregion zurück Entschuldigung Eregion zurück die Städtenamen habe ich noch nicht so ganz drauf nach Eregion zurück und befassen uns mal ganz kurz noch oder lass es uns einfach jetzt in einem Rutsch abhandeln nämlich das Erstellen der ersten Ringe das Schmieden der ersten Ringe und natürlich der große Reveal das Halbrand der doch dann der Sauron ist wie genau kommt jetzt die Galadriel eigentlich dem Halbrand auf die Spur weil der das gleiche sagt was der Ada auch gesagt hat mehr oder weniger in den gleichen Worten genau und sie hat ja Ada quasi wollte sie ja halb foltern bevor er dann selber doch ein bisschen angefangen hat zu quatschen darüber und er hat ja über die Experimente von Sauron gequatscht und so hier nutzt Halbrand eine ähnliche Wortwahl und endlich benutzt Galadriel mal ihren Kopf und hinterfragt mal wen sie da überhaupt mitgebracht hat ein bisschen spät in der ganzen Serie da hätte sie sich schon vorher fragen müssen vor allen Dingen weil in den Büchern der Charakter der Halbrand eigentlich da ist nie ganz das Vertrauen von Galadriel bekommen konnte was das angeht naja jetzt kommt sie ihm auf die Schliche und spätestens ab der Szene wo Halbrand hier auftaucht und sagt consider it a gift sehe es als Geschenk an da war wirklich der letzte Zweifel des Buchlesers gefallen denn wie ich auch die letzten Folge ja schon mal gesagt habe Sauron ist in dieser Zeit im Verkleidung von Anathar dem Lord der Geschenke dem Herrn der Geschenke Lord of Gifts unterwegs um Celebrimbor davon zu überzeugen diese Ringe zu schmieden und nachdem dieses Fort Gift gesagt wurde habe ich gesagt ja klar damit war die Bestätigung ich brauche nichts mehr lasst ihn mal undercover bleiben und das haben sie ihm doch nicht gelassen heißt es denn jetzt dass die Rolle des Anathar die ist jetzt praktisch mit Halbrand in Personalunion also das gibt jetzt nicht nochmal der hüpft jetzt nicht nochmal irgendwo andersrum in einer anderen Gestalt und verteilt da auch noch Geschenke das wird nicht so sein also was sie was sie ja versucht haben mit Halbrand slash Sauron hier zu etablieren ist oder zu schaffen ein Charakter der zumindestens vordergründig zwiegespalten ist was seine Motivation angeht und was seine Hintergründe angeht dass er in so einem grauen Licht zu sehen ist weil aus seiner Erzählung heraus deutet er ja an dass Galadriel ihm eigentlich eine zweite Chance gegeben hat indem sie ihn gerettet hat und indem sie ihm sein Potenzial gezeigt hat und das soll uns ja so ein bisschen ins Zweifeln bringen ist Sauron vielleicht doch gar nicht so schlecht wie Sauron in den Büchern immer beschrieben wird was für mich eigentlich eher nur eine Fassade bei ihm ist weil er als großer Manipulator mit ihr spielen wird aber was natürlich vielleicht aus Sicht der Otto-Normal-Zuschauer nochmal eine ganz andere Dynamik für die Figur des Halbrands slash Sauron mit reinbringt und er bietet ihr ja fast wie das Vader 1 Luke Skywalker an Together we can rule the galaxy ich meine egal wie man sich über diese Visualisierung aufregen kann das war doch eine schöne Szene mit der Spiegelung im Wasser oder ja das war schon gut gemacht und was mir auch aufgefallen ist da weiß ich halt nicht wie rein das jetzt inwiefern das jetzt so reingeschustert wurde dass er ihr ja Worte sagt die dann Cate Blanchett Galadriel ja in den Herr der Ringe Filmen dann auch wieder zitiert ich meine das passt ja auch dann wieder zu dem Spruch den der Stranger aka wahrscheinlich Gandalf raushaut dass er Worte nimmt die er dann später nochmal verwendet und hier dieses schönen dieser Kreis der geschlossen wird auch wieder wie ein Ring der geschlossen wird dass sie eigentlich das wiederholt was Sauron ihr angedroht hat oder angeboten hat wenn sie den Ring nein ich habe den Test bestanden am Ende habe ich diesen Test bestanden und werde nicht dem verfallen was mir vor tausenden Jahren angeboten wurde kann man sich auch wieder darüber streiten als Tolkien Fan ob das sein muss das reinzubringen aber ich fand es ein schönes Gleichnis kurz eine Sache die mir dann im Nachhinein noch ein bisschen die ich halt ein bisschen doof fand aber da ist das Skript einfach ein bisschen blöd wir hatten uns ja in der letzten Folge schon ein bisschen darüber gewundert dass die Südländer den so einfach so als König akzeptieren und jetzt ist es eigentlich noch dämlicher denn die Galadriel findet ja raus dass es da schon seit tausenden von Jahren überhaupt kein König nicht mehr mehr einen Erben gab weil der letzte König keinen Erben hatte also ist es eigentlich noch seltsamer dass die Südländer einfach so mir nicht sagen ach du bist jetzt unser König heil to the king lass den dummen Satz doch einfach weg und dann gibt es keinen so offensichtlichen Zwiespalt oder man hätte es ja noch ein bisschen reinarbeiten können indem man die Legende des Königs der versprochen wurde dann noch mit einarbeitet dass die alle irgendwie darüber reden dass man es ein bisschen mehr anteasert ja ich stimme mir vollkommen zu so wie es geschrieben wurde hier ist es saudämlich seit tausenden Jahren ist die Blutlinie unterbrochen und dann kommt einer her und der wird direkt von allen akzeptiert klar kann ich verstehen dass dieses Wissen nach tausend Jahren mal irgendwie ein bisschen untergegangen ist was das angeht aber Galadriel hat sich wahrscheinlich auch nicht viel mit den Südlanden beschäftigt was das angeht trotzdem hätte sie doch mal ein bisschen skeptischer vorher sein können absolut und wo ich auch ein bisschen underwhelmed war also klar wir haben das natürlich mit dem Halbrand jetzt schon ewig gerochen dass er es ist das war jetzt auch glaube ich für den geneigten Zuschauer jetzt kein so mega Reveal nachdem ja alle anderen Kandidaten so sukzessive ausgeschlossen wurden aber wo ich dann doch ein bisschen erstaunt war und ein bisschen ja geradezu enttäuscht eigentlich und ich habe mir auch ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht aber hättest du mich jetzt vor der Serie gefragt wie das mit dem Schmieden der Ringe gelaufen ist hätte ich dir bestimmt alles mögliche erzählt oder mir ausgedacht wie ich mir das vorstelle aber nicht so völlig unspektakulär wie es dann da war das heißt den einen Ring den sehe ich gar nicht also kurz nochmal zur Herleitung der als Geschenk gibt er den Elben die Kunst der Legierung also dass man verschiedene Metalle miteinander verschmelzen kann um verschiedene Eigenschaften rauszuholen wobei ich mir ehrlich gedacht gedacht habe so also die Elben machen mir ehrlich gesagt so einen fortgeschrittenen Eindruck also dass die auf die Ideen und nicht gekommen sind aber okay also das wäre wie jetzt so ein außerirdischer Land würde und sagen würde so hey ich habe hier ein Gerät man kann damit Zahlen zusammenrechnen schaut mal es hat einen Atomantrieb und so der Atomantrieb wäre halt so das Neue so ungefähr so okay hilft uns jetzt auch nicht so wirklich also da war ich ein bisschen okay kaufe ich jetzt so einen Kelly Brimbo nicht ab dass der das nicht weiß aber gut okay sei es drum aber dass ich dann halt dass dann der der eine Ring offscreen geschmiedet wird das fand ich dann doch extremst enttäuschend ich habe mir nie ja wie 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 Moment da habe ich dann das passt nicht die schmieden die drei Elbenringe das ist alles was hier passiert ja aber der Halbrand ist doch abgehakt das heißt hat der jetzt das Mithril geklaut oder was nein 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 überhaupt nicht nicht mehr ansatzweise ja da musste man diesen ganzen Schmiedeprozess mal also erstmal so wie mir das bei Herr der Ringe präsentiert wird da wird ja gesagt es wurden Ringe geschmiedet drei den Elben sieben den Zwergen bla 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 ja und dann hat der Sauron heimlich noch einen hinten dran geschmiedet so da war ich habe mir noch nie drüber Gedanken gemacht wer diese blöden Ringe eigentlich entworfen hat warum wieso weshalb weil das wird einem da so einfach erzählt das musst du jetzt so kaufen und da gab es halt diese Ringe und die haben die alle angenommen wie von so einem schlechten Haustürvertreter oder so ein Teleshopping Angebot ja kaufen sie jetzt zwei bekommen sie das dritte umsonst okay aber ich habe mir also nie drüber Gedanken gemacht wer diese komischen Ringe halt geschmiedet hat warum die bestehen warum die überhaupt Macht haben ist auch ehrlich gesagt ja gar nicht so wichtig für die blöde Geschichte so hier wird mir jetzt aber gesagt naja die Ringe haben Macht weil da halt ein Stück Mitriegel mit eingearbeitet wird und das dann eine runde Form ist und deswegen strahlt das nach allen Seiten aus und deswegen ist das super duper und so müssen wir das jetzt machen weil wir ja so wenig Mitriegel haben wenn wir mehr haben können wir was anderes machen aber wir haben nur so wenig und deswegen müssen wir mit dem Gedönse dann machen so habe ich es verstanden das heißt in jedem Ring ist ein bisschen Mitriegel drin und dann heißt es ja am Ende ja der Sau und ist jetzt abgehauen so hat der jetzt seinen einen Ring jetzt schon in der großen Schmiede da geschmiedet und ist abgedampft mit dem einen Ring oder oder hat er das Mitril geklaut oder tut das Mitril nichts zur Sache also ganz ehrlich diese ganze Ringentstehungsgeschichte und was ist mit den anderen 16 Ringen also diese ganze Ringentstehungsgeschichte habe ich ehrlich gesagt nicht gecheckt also dass die drei Elben ihren ihre drei Ringe da machen okay Haken dran das hat aber auch schon sowas konspiratives irgendwie so das darf der Gilgalat aber auch nicht mitkriegen also es hat irgendwie so ich dachte es ist so ein offizieller Akt wir treffen uns mal alle und jeder kriegt dann seinen Ring und alle so yeah wir gehen nach Hause aber jetzt ist das so eine heimliche Nummer draus geworden also ich habe mir das vollkommen anders vorgestellt es ist eigentlich auch vollkommen anders gelaufen wenn man das so nimmt also die Ringe wurden nicht mal einmal so geschmiedet und dann hatte man so da innerhalb von einem Tag das hat also bis alle Ringe da waren hat das mehrere hundert Jahre gekostet so ungefähr in den Büchern dieser Prozess aha okay guck an also in den Büchern werden die Ringe geschmiedet unter der Anleitung von Anata von Celebrimbor die schmieden die Elben schmieden von Eregion die ja die bauen die Ringe die craften die Ringe die schmieden die Ringe was das angeht und die kriegen von Sauron erzählt wie sie es machen als in seiner Verkleidung als Anata in seiner Verkleidung als Anata genau und dementsprechend werden diese 19 Ringe innerhalb dieser ganzen Zeit geschmiedet und irgendwann haut Anata ab ob er jetzt ob denen das alle auffällt dass er abhaut oder ob er gerade mal in Urlaub ist oder sowas wird da nicht gesagt es wird nur gesagt dass Sauron im Geheimen in Mount Doom den einen Ring schmiedet der dann die Macht über alle hat über die weniger mächtigen Ringe und dass sie alle da dran hängen das ist die das ist eigentlich die Geschichte und in dem Moment wo er den Ring aufsetzt wird den Elben von Eregion klar dass sie betrogen worden sind erst in dem Moment wird denen das klar dann wird denen das alles offenbart was die die Pläne des Feindes und deshalb verbergen sie die drei Ringe also sie haben die drei Ringe schon geschmiedet aber verbergen die und die werden an einigen Stellen in zum Beispiel Bruchtal Bruchtal ist deshalb nur so schön weil Elrond den einen Ring trägt der andere Ring wird von Kirdan getragen und er ist von Gilgalad und dann später von Kirdan und der letzte Ring von Galadriel was das angeht aber die verbergen die die Menschen fallen unter die Macht des einen Ringes weil sie sowieso es schnell zu verderben sind bei den sieben Ringen das habe ich auch schon mal gesagt zu den Zwergen die Zwerge sind zu robust die unterwerfen sich nicht dem einen also das schafft er die nicht unter sich zu bringen also versucht er die irgendwann durch Krieg zu sich zurückzuholen und das ist eigentlich die ganze Geschichte der Ringe wie sie geschaffen worden sind und was einigermaßen danach mit denen passiert ist im Laufe der Ringkriege verschwinden einige Ringe manche werden sie tauchen nie wieder auf manche werden verborgen manche gehen mit ihren Herren unter so ungefähr und die Neuen wissen wir ja sowieso was mit denen passiert aber die Neuen werden auch über mehrere hundert Jahre quasi verfallen dem Ganzen und werden dann erst zu Ring geistern was das angeht hier auch wieder eine komplette Umdeutung in der Serie wie es passiert ich meine Zeitkompression kann ich verstehen dass wir es ein bisschen anders machen und das an sich das Schmieden der ganzen Ringe finde ich ganz spannend wie es gemacht wurde vor allen Dingen auch vorher einmal geht es schief mit der Explosion und beim anderen Mal schaffen sie es dann durch einen Trick den ich auch nicht verstanden habe weil es im Prinzip ist es das gleiche ob man die zusammenschmelzt oder ob man die zusammenbringt keine Ahnung was jetzt der Trick dahinter ist ist es dann ist dann einfach so das ist die höhere Macht die da passiert an sich das Schmieden finde ich ganz nett und die Ringe sehen auch ziemlich gut aus was das angeht und was jetzt mit den Nächsten passiert das könnte ich zumindest erahnen was das angeht hier ist es ganz nett gemacht dass sie das Galaderegel vorschlägt nee wir machen nicht zwei wie er uns vorgeschlagen hat wir machen drei daraus dann weiß er schon nicht von drei Bescheid und wir verbergen die gut alles klar Konspiration perfekt passt wieder in das ganze rein der das eigentliche Züngelchen an der Waage könnte natürlich jetzt Celebrimbor sein der übrigens irgendwann später in den Büchern auch von Sauron selbst getötet wird was das angeht denn der weiß ja nicht Bescheid Galadereel weiß Bescheid wer Halbrand ist Elrond wird es sich in irgendeiner Art und Weise denken wenn Sauron wieder auftaucht als Herr von Mordor aber Celebrimbor haben wir ja nichts gesagt der hat jetzt eine Macht des Schmiedens erlernt und nutzt vielleicht dieses Wissen um weitere Ringe zu schmieden bevor irgendwann Sauron sich offenbart mit dem einen Ring also so könnte ich mir das vorstellen dass es weiter geht also ein bisschen Uncharted Territory hier total total wie gesagt ist wieder alles umgeschrieben neu interpretiert komprimiert was als Fan einerseits boah was machst du mit meiner Kindheit andererseits wie ich es eben schon immer gesagt habe es ist eine Interpretation und es ist eine Neudichtung das kennt man ja aus den Comics genug wenn man das MCU sieht wenn man ein Fan von Tolkien ist und ein Fan vom MCU da sieht man doch wie alle paar Generationen wieder was neu gedichtet wird und ein Reboot und ein Reboot vom Reboot stattfindet Battlestar Galactica von 2003 hat sich ja auch nicht an Battlestar Galactica aus den 70ern gehalten was das angeht oder was in 80ern ich bin mir gerade nicht mehr sicher deshalb jeder jeder bringt so ein bisschen die eigene Würze da mit rein und ich finde das ganz gut dass es hier hier gemacht wird und dementsprechend mein Kritikpunkt der hier dran wäre wäre eher dass es in der letzten Folge in den letzten 40 Minuten gemacht haben während wir eine ganze Staffel Zeit hatten wir haben diese doofe Schmiede die gemacht wurde scheinbar die man nie richtig sieht ganze Stadt drumherum man braucht ein riesiges Gebäude um kleine Gegenstände zu machen gut wenn man sich darauf einstellt wirklich viele Rüstungen zu machen vielleicht braucht man es dementsprechend aber erstmal brauchen die mehrere Episoden um das Ding zu bauen dann brauchen sie mehrere Episoden um sich über das Material klar zu werden und dann wird es einfach mal am Ende geschmiedet wir sprechen hier über die Rings of Power und ich kann verstehen dass die sich in der Serie das Beste zum Schluss aufheben aber das hätte man doch vielleicht in einem kleinen schönen Ark in den letzten drei Episoden machen können das dann auch erforscht wird wie es gemacht wird und dann hätte man sich doch nicht so ganz die ganze Zeit mit den blöden Südländen aufhalten müssen ja wie gesagt ich also du warst aus anderen Gründen aber auch irgendwie ein bisschen underwhelmed von der ganzen Geschichte definitiv also ein Aspekt den ich ja eben noch gar nicht erwähnt habe weil du drüber gesprochen hast ich finde immer noch geil diese ganze dieser ganze Sauron Reveal wie die Konfrontation zwischen Galadriel und Sauron total geil gemacht dass sie auch dann zurückspringen in ihrem Kopf an die Szenen wo er sie getroffen hat dass er sie versucht zu verführen dass sie ihre eigene Dunkelheit wieder erkennt dass er sie mit ihrem eigenen Bruder nochmal hinters Licht führen möchte fand ich toll geschrieben fand ich toll gespielt war toll umgesetzt also zum dritten Mal sag ich toll deshalb entsprechend finde ich ganz ganz große Szene aber ich hätte mir den Weg dahin noch anders vorgestellt ich hätte mir in dem Moment wo sie vielleicht die ersten Zweifel an Halbrand hat hätte man ja auch vor drei Episoden starten können die kommen meinetwegen da an in den Südlanden wird gekämpft während die Elben dann auch mit den Südländern von den Numenora die Südländer unterstützen und hier wird so langsam das Schmieden der Ringe erfahren okay wir müssen Ringe machen okay wir probieren es mal ein bisschen aus okay Halbrand hat ein paar Tipps für uns woher kommen diese Tipps Galadriel wird ein bisschen skeptisch was das angeht vielleicht auch aus der Geschichte von Ada und findet über drei Folgen so langsam hinaus äh heraus was damit los äh los ist und man sieht ein bisschen wie Caleb Rimbor und Halbrand zusammenarbeiten und wie vielleicht auch die äh die Zwietracht zwischen den verschiedenen Elben gesät wird wie die Eitelkeit von Caleb Rimbor genutzt wird weil er ist ein extrem eitler stolzer ähm Elb der seine ja Macht ausführen möchte und seine alles für seinen für seine Schmiedekunst macht das hätte man meiner Meinung nach aufbauen sollen und nicht in den letzten 40 Minuten einfach mal nur hineinschmeißen müssen was uns am Ende des Tages halt dann wieder so zum Pacing der ganzen Serie bringt was wir schon eigentlich ab ja mehr oder weniger ab Minute 1 schon oder ab der ersten Folge schon ein bisschen kritisiert haben es ist ja es ist unausgegoren es ist das Rad ist nicht rund es ist sehr eckig ja das man an der Stelle leider festhalten tja ich überlege hier gerade auf meinem Zettel ob ich noch irgendwas draufstehen habe aber ich bin eigentlich was das heute angeht mal so grundlegend erstmal durchgequatscht wir haben ja noch unseren Livestream am 26.10 so ab viertel nach acht da werden wir noch alles was wir jetzt hier vergessen haben nochmal besprechen und wenn du nichts mehr hast würde ich mal sagen packen wir heute mal zusammen abschließend kann ich zumindest in dieser Reihe sagen ich hatte mehr Hoffnung für diese Serie sie wurden nicht alle enttäuscht aber es hätte auch durchaus besser sein können wie ich es eben schon gesagt habe ich sehe das Potenzial die sollen gerne aus ihren Fehlern lernen wir haben großartigen Cast wir haben zumindestens tolle Effekte was es angeht überragende Effekte an vielen Stellen cinematografisch kann man sich sicherlich auch noch ein bisschen was lernen wir haben großartigen Soundtrack was das angeht finde ich immer noch ganz ganz toll und wir haben jetzt die Schachfiguren so platziert dass es endlich mal an die Schlacht gehen kann und nicht einfach nur das Platzieren der Bauern neu stattfinden muss und wenn sie jetzt hier Fahrt aufnehmen und wirklich an die Stärken der ersten Staffel anknüpfen dann sehe ich noch sehr viel Potenzial in dieser Serie aber das sind so Vorschuss Lorbeeren wo ich eher zweifle ob ich denen geben soll oder nicht uns gebt ihr auf jeden Fall einen Däumel nach oben wenn euch das heute hier gefallen hat und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei iTunes Podcast Addict und bei Spotify ihr solltet diese Show auch auf jeden Fall euren Bürokollegen Freunden Tanten Nichten Neffen weiterempfehlen was ihr hier heute wieder für tolle fast anderthalb Stunden für spaßige Unterhaltung hatte das behaupte ich jetzt schlicht und ergreifend mal dann würde ich sagen Michael dir wieder vielen Dank ihr könnt ja mal in unsere anderen Shows reinhören es ist jetzt gerade die neue Folge zu Star Wars Endor online gegangen und morgen werde ich mit dem Andreas vom Discovery Panel die ersten drei Folgen des allerletzten Teil Staffel von The Walking Dead besprechen also auch da geht es morgen wieder weiter beziehungsweise am Freitag kommt dann die Folge raus und da habt ihr also dann auf jeden Fall eine Menge Nerdizismus im Ohr und nächsten Mittwoch 26.10. ungefähr 2015 auf Twitch und auf YouTube da werden wir dann über House of the Dragon und über nochmal über Rings of Power und vor allem im direkten Vergleich reden also pickepacke volle Programm ich freue mich drauf Michael vielen Dank dir heute vielen Dank für eure Zeit vielen Dank fürs Einschalten und bis Sie da tschüss tschau tschau vielen Dank vielen Dank vielen Dank Untertitelung des ZDF, 2020